Musik 4 zu 0 steht er bisher, auch bei den deutschen Meisterschaften. Unter anderem dann ein Schuh geschlagen. Schnelles, festes, druckvolles Spiel. 2 zu 7 Griechen, Ioannis, Eskuropoulos Wunderbarer Blocket Wieder Wahnsinnig gut, Ioannis, Eskuropoulos Der holt sich den ersten Satz, Eskuropoulos Schuh, es legt auf. Was, Eskuropoulos hat gerade Der holt sich wirklich Leiter und jetziger Olympia-Beauftragter der Stadt Düsseldorf Und gerade Absolut, Eres Spiel Einen Aufschlag hat er noch, der Akteur von Neu-Ulm Wunderbar, von Schuh Doch, war das so schlecht Und auch auf den Ball, den er sehr er... Bleibt dran, 3 zu 5 Und der Rückschlag aber leider zu hoch 11 zu 7 Schauen wir mal, ob er jetzt ein Gegenmittel findet Ja, bläht nicht! Zumindest in Teilen gut funktioniert 10 zu 6 Ja, da hat er einen Moment zu viel gewahrzt Aber den zweiten nicht Fünfter Satz, nächster Entscheidungssatz So, auf den Sack zu Unfassbar gut Nur Auszugleich Aber das lässt Schuh nicht Und er nutzt die erste Dankeschön Er macht diesen Fünfters-Krimi zu Er entscheidet erneut Verspos Absolut Bis zum nächsten Mal Dann Untertitelung des ZDF, 2020